Moin Moin Philipp, kurzer Soundcheck bitte. Moin 1, 2, 3. Danke, ich küsse deine Augen, Bruder. Hallo, mein Name ist Dr. Yvonne Schmitz. Ich bin jetzt seit sieben Jahren hier in meiner Zahnarztpraxis tätig in Elsdorf auf der Gladbacher Straße 56, findet ihr uns. Wie oft kann man das Flash Bleaching anwenden? Das Flash Bleaching sollte man nicht mehr wie zweimal im Jahr anwenden. Wem würdest du das Flash Bleaching empfehlen? Prinzipiell jedem. Wichtig ist ab 18 Jahre und vorher eine zahnärztliche Kontrolle auf jeden Fall durchführen lassen. Wieso sollte man die Behandlung bei dir machen? Weil wir ein sehr sympathisches und erfahrenes Team sind. Bei uns ist jeder herzlich willkommen und gut aufgehoben. Und wir haben jahrelange Erfahrung mit dem Flash Bleaching, arbeiten schon sehr lange mit dieser Firma zusammen und sind dementsprechend, denke ich, ein guter Partner. Dankeschön, das hast du super gemacht. Moin Moin Philipp, kurzer Soundcheck bitte. Moin, 1, 2, 3. Danke, ich küsse deine Augen, Bruder. Wie wichtig ist dir ein schönes Lächeln? Ich glaube, ein schönes Lächeln zieht viele Menschen an. Gerade ich vor der Fernsehkamera ist mir natürlich besonders wichtig, immer viel zu lächeln. Und es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, schöne, weiße, strahlende Zähne zu haben. Wie schwer fällt es dir jetzt, 48 Stunden keinen Kaffee zu trinken? Boah, wie schwer fällt mir das jetzt, keinen Kaffee zu trinken? Verdammt schwer, ne? Also ich glaube, das ist eine große Challenge für mich. Aber im Endeffekt soll dieser Vorgang ja nicht umsonst gewesen sein. Und ich komme ja nicht hier, um weiße Zähne zu machen, um mir das wieder mit dem ersten Kaffee zu verkern. Also lieber lächelig ein paar Monate mehr. Und ich glaube, 48 Stunden ohne Kaffee kriege ich auch noch. Cool, Brudi. Wie hat es dir bei Dr. Schmitz gefallen? Darf ich Yvonne sagen? Nein. Es hat mir sehr gut bei Yvonne gefallen in der Praxis. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr zuvorkommend. Yvonne ist eine super Frau. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Hat mich sehr gut beraten. Und ich muss sagen, ich habe oft ein Zahnblädchen gemacht. Aber das allererste Mal muss ich sagen, dass ich echt gar keine Schmerzen hatte. Und ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen. Danke, Philipp. Ich küsse erneut deine Augen, Brudi. Ja. Jetzt bin ich auch mal gespannt hier. Ja, ist schon krass, ne? Ich bin zufrieden mit dem. Sehr zufrieden. Super. Neue Zähne hier am Start, ey. Alter, ich kann dir endlich wieder lachen. Richtig krass, ey. Und wir haben nur zwei Dinger gemacht, ne? Ja, zwei Washgain, genau. Eigentlich hätten wir noch einen dritten Durchgang gemacht. Die sind aber schon sehr hell, ne? Hast du super gemacht. Ich küsse deine Augen. Ehrlich.